Herzlich Willkommen zu diesem Freundschaftsspiel. Es kommentieren Manni Reutmann und Frank Buschmann. Und heute heißt es also Borussia Dortmund gegen den FC Getafe. Frank, deine Kurzanalyse zu Borussia Dortmund. Heute beginnt die Saisonvorbereitung und dieses Team hat nur ein einziges Ziel und das heißt Meister. Das größte Fußballstadion Deutschlands ist das ehemalige Westfalenstadion in Dortmund, das 2005 in Signal Iduna Park umbenannt wurde. Seit 1974 die Heimat der Borussia und schon mehrfach Austragungsort internationaler Turniere, sowie bei der WM 2006. Die Heimat der Borussia Dortmund ist das ehemalige Westfalen. Schiedsrichter erpfeift die Begegnung an und ich glaube, wir freuen uns alle auf ein unterhaltsames Spiel. Kirch. Kann er sich den Ball holen? Der Ball ist frei. Super Flanke. Und kann er diese Hereingabe verwerten? Können Sie die Flanke verwerten? Gut, dass er hier so entschlossen dazwischen geht. Er muss schnell entscheiden. Und der entscheidet? Der Schiedsrichter sagt, ich muss diese Aktion doch unterwinden. Flanken schlagen ist eine Kunst. Manchmal geht es auch daneben, wie in diesem Fall. Der Schiedsrichter sagt sofort, das geht in Ordnung. Marco Reus. Und Achtung, genau hingeschaut. Und er versucht es alleine. Sehr gute Flanke. Und er ist drin. Ein solches Kopfballtor, das siehst du auch nicht alle Tage. Guck dir das an. Unfassbare Technik. Klasse. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal betrachten. Diesmal mit einer anderen Kamera aufgenommen. Klasse erwischt diesen Kopfball. Druck hinter die Kugel gebracht. Aber glänzend pariert. So, jetzt geht er ab. Aber was macht er daraus? Das nennt man wohl modernes Torwartspiel. Ja, perfekt. Das ist eine richtig gute Aktion. Ein Beleg für eine exzellente Torhunterleistung. Immer gut, wenn der Schiedsrichter gleich am Anfang ein Zeichen setzt. Er muss Freistoßfeifen. Aus dieser Flanke ist nichts geworden. Der Ball wieder beim Gegner. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Den konnte er einfach nicht kriegen, diesen Ball. Niemals. Also die Flanke ging in Richtung Karim Abdul-Jabbar. Das war mal ein amerikanischer Basketballer, der war 2,20 groß. Und der Trainer bereitet hier eine Auswechslung vor. Marco Reus. Das könnte gefährlich werden. Denn der schießt immer sofort und platziert. Diese Flanke ist überhaupt kein Problem für die Abwehr. Und jetzt! Logisch, das muss Eckball geben. Abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Beide Rangelei um den Ball. Souverän geklärt. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Und das war kein Schuss. Das war ein Bums, aber souverän gehalten. Wer will ihn? Den Ball. Da liegt er doch. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Sauber geklärt. Und das ist ein Bums, der Bums, der Bums, der Bums, der Bums, der Bums. Und jetzt warten wir mal ab, ob er vielleicht heute noch ein drittes Mal erfolgreich ist. Nochmal das Tor aus anderer Kameraperspektive. Also mal ganz ehrlich, so hälst du. Das gibt Freistoß. Und vor allen Dingen tut sich eine schöne Möglichkeit auf. Den hat er souverän gehalten. Ja, aber das war auch eine der etwas einfacheren Aufgaben. Nicht schlecht getreten, der Freistoß. Aber augenscheinlich nicht gut genug, um den vorzüglichen Mann zwischen den Pfosten zu überwinden. Und wieder können sie sich hier auf ihren Keeper verlassen bei dieser Möglichkeit. Eine leichte Beute. So macht die Balleroberung Spaß. Der Schiedsrichter entscheidet sofort auf Eckball. Was für eine merkwürdige Ecke. Da ist nun wirklich nichts draus geworden. Jetzt ist er. Und das Bällchen ist noch heiß. Und das Bällchen ist noch heiß. Wenn man da in die Augen schaut, dann hat er schon ein bisschen Angst gehabt. Aber im Endeffekt ist es gut gegangen. Ein super Timing. Er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segel. Das war schon immer ein trügerisches Ergebnis. Aber es sieht komfortabel aus. Halbzeitstand 2 zu 0. Das war schon immer wieder. Hier aber immer wieder. Er bringt noch mal einen frischen Spieler, weil er hofft, dass die Niederlage vielleicht doch noch verhindert werden kann. Anstoß zu Beginn der zweiten Hälfte. Er will in hartnippen, kriegt er eben. Gutes Abwehrverhalten, aber in Ballbesitz kommen sie nicht. Können sie die Flanke verwerten? Die Abwehr schnappt sich die Flanke. Das nennt der Abiturient Antizipieren. Er liest die Situation und schnappt sich das Spielgerät. Escolero. Und er bekommt Hilfe. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen ab. Er hat ihn abgewehrt, aber nicht festgehalten. Hier der Vergleich der heutigen Torschüsse. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Er gewinnt den Zweikampf. Das ist eine gute Position für den Einwurf. Und Sie haben einen Spezialisten. Es wird gewechselt. Und der Ball prallt vor dem ab und landet ihm aus. Die Juppe. Und jetzt ist er durch. Jetzt sieht er. Von Torvalant gefälscht. Der Ball, er ist im Gehäuse. Der hat gepasst. Der Mann ist ja kaum zu ersetzen. Und mit Recht gilt er als der Mann dieser Mannschaft. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal betrachten. Diesmal mit einer anderen Kamera aufgenommen. Ist das schon die Entscheidung? Klare, deutliche Führung. So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Die Juppe. Das haben wir durchaus schon souveräner gesehen, aber der Ball ist weg. Die Juppe. Ein verbissener Zweikämpfer, der Erfolg hat. Er hat den Ball. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Jetzt greift er ihn an. Er lässt das Spiel weiterlaufen. Vorteil. Der Schiedsrichter sagt, ich muss diese Aktion doch unterwinden. Oh, die Abwehr ein bisschen überrascht. Super Flanke. Schuss und... Ja, das war ja auch genau auf den Torwart gezielt. Die Juppe. Abgewehrt, aber noch nicht geklärt. Marco Reus! Jetzt muss der Trainer sie daran erinnern, dass sie nicht nachlassen dürfen. Was für ein furchtbarer Schuss. Jetzt wechselt der Trainer einen frischen Spieler ein. Er versucht die Führung über die Zeit zu bringen. Schönes Stellungsspiel. So kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Bitte rein! Den hat er richtig schlimm verzogen. Aber was ist das auch für eine Schusshaltung? Besser kann er es nicht machen, aber nur bis zum Abschuss. Der geht sehr wohl besser. Eigentlich muss er jetzt nur noch dafür sorgen, dass seine Mannschaft die Führung nach Hause bringt. Sobotic! Klasse Farade vom Kiefer, der den Ball so gerade eben noch über die Latte lenkt. Klasse Farade vom Kiefer, der den Ball so gerade noch über die Latte lenkt. Mal ist es dann eben doch passiert. Oh, das ist jetzt aber schon deutlich. Eindeutige Führung. Escudero. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Tja, da scheint keiner vorbeizukommen. Jetzt wird es brenzlig. Er hat den Ball sofort verarbeitet. So langsam muss es bei Ihnen aber Klick machen, dass das ein ganz gefährlicher Spieler ist. Der hat es ja schon zweimal getroffen. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Und noch einer obendrauf und gar nicht schlecht und damit noch deutlichere Führung. Jetzt kommt keine Verbesserung des Resultates mehr, auch keine Verschlechterung, denn das Spiel ist vorbei. Was für ein einseitiges Spiel, was für ein einseitiges Ergebnis, wie peinlich für die Verlierermannschaft. Also das ist mit das dominanteste, was ich in dieser Spielzeit gesehen habe. So, liebe Zuschauer, das war es für heute. Mario Beuchmann sagt auf Wiedersehen. Tschüss, bis die Tage.